Hallo meine Lieben! Ja, heute gehen wir zu der Hängerbrücke und da nehmen wir euch mit. Viel Spaß! Das hier, ich hoffe ich höre nicht, ist der Köthensbach. Er kommt vom Köthenskiss vom Brotglockner. Und den hört man auch von unserem Bad. Heute sieht man es besser, das schwarze, das hier. Weil viele gefragt haben, was ich meine. Das ist das Hotel, wo die Bergretter gedreht wird. Und weil mich ein paar gefragt haben, warum sind fast keine Bäume und so. Vor ein paar Jahren, das hat uns der Apartmentvermieter gesagt, ist da eine Windhose vorbeigegangen. Also auf dieser Seite. Der hat die ganzen Bahn mitgriffen und ist anscheinend bis Südtirol gegangen. So meine Lieben, jetzt sind wir bei der Hängerbrücke und wir sind jetzt beim zweiten Anlauf haben wir es geschafft. Weil, man sieht es glaube ich nicht, aber mich reißt es so dermaßen her. Es geht schon ziemlich steil runter. Ich schaue mal, ob ich da oben filmen kann, aber ich glaube eher nicht. Man sieht es. Es geht schon hermaßen ruhig. Also, man schaut es jetzt nicht so steil aus, aber es ist schon mega steil. Und jetzt gehen wir da weiter. Und es regnet. So meine Lieben, das war es jetzt für heute. Ich sitze nur mehr auf dem Balkon und vielleicht gehe nachher ins Trampolin. Aber es ist noch nicht fix, weil es wahrscheinlich eh wieder Regnen anfängt. Jetzt schaut es gerade ein bisschen sonnig aus, aber da hinten zieht es wieder zu. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonnier gerne und aktiviert auch gerne die Glocke, um keine Videos zu verpassen. Und wir sehen uns wieder morgen. Tschüss!